und ich habe jetzt was in der Zeit ist eine feindliche Basis hier mal weg zum machen mal weil wir mal wieder zum Feind umbringen ja was ich nämlich nicht mehr gemacht ne na ja und hier dieses Gebiet auf dem Geist oh hier ähm, ähm, weg, weg so jetzt ist das mal hier ausgerattet so, in diesem Eck da oben so, in diesem Eck da oben so, in diesem Eck So, ich hab mal die Mammel plattgebracht, geht ja gar nicht hier, jetzt wollen wir nicht mal Ruhe bauen hier, keine Zeit, blöde Viecher immer. Was macht so schönes? Boah, ich war breuzelt in den Angel alles so weit auf, dass da die Kisten dran rumstehen und so weiter und so fort, dass wir die Rakete bauen können, dann ist auch endlich, dann ist auch das Spiel schon wieder vorbei. Jupp, ja genau, dann haben wir unsere Abbasis gesehen, wir haben die Rüstung aus. Ja gut, ich denk mal, das ist ja bloß ne Sache von, hey wir fahren jetzt, wir bauen jetzt irgendwo ne Zuglinie hin und holen uns da neue Rohstoffe. Ja klar. So. So. Wir wollen den ganzen Zeit diese Folge das herstellen. So. Und das machen wir auch jetzt. Mal wieder Stahl, kein Problem, Stahl, keine, die Stahl habe ich ja noch. Platinen brauche ich. Wo kann ich da bisschen roten Platinen mopsen? Oh. Oh, Platinen ist ja fast gar nix. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Gibt's, weil man dafür oben in einer Messung eine Menge gebraucht hat, da gibt's Platinen. agree. Wie wird die Lieblingsdauer? Wie wird das drin? Aber ich habe das drin in einer Messung angenommen. Da hab ich die Dinge noch mal herstellen lassen, ein bisschen zu tun. Okay, dann hab ich das dran, weil ich da nicht nur hier mal dr tue. lustig ach du Schande das ist das problem ist ja kein druck auf den kessel mehr ich müsste druck da sein oh interessant wasser willst du auch wiederum zu weniger noch mal rüberkommen ich brauche mal ein paar pumpen mal pumpen pumpen wo habe ich denn die da alles klar so nicht wasser an da habe ich auch schon ein bisschen gewundert hinten kommt immer noch kein wasser ein vernünftig das was so rohr lang verlegt so 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 Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank. Ich habe zwei weitere Pumpen angeschlossen. Ja, jetzt wird langsam. Okay. 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 Das ist relativ nur sehr gering. So, ich wollte... Okay. 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 aber trotzdem brauche ich mir trotzdem ein paar heizkessel noch wenn es weitergeht doch mal den ganzen strom weg ein stück wieso jetzt brauchst du nicht noch mehr anschließen die arbeit nie alle nicht wir haben keinen dampf auf den kessel mehr ja wenn du stück rein ab 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. so ein rocket ein raketenteil ist fertig und das ganze jetzt noch 99 weitere male so zetteliten radarsation radarsation zahlenkranze mit so abgeschlossen damit so zahlenkranze mit teile ist hier hergestellt war ich nur platin ok so jetzt für mich daher so anbieterkiste da das ist auch schon fertig für die 1 saline wie braucht man fünf stück nur ok so das haben wir das haben wir was haben wir das kumpel davon hundert stück acht duschen kupfer stahl wieder platin alter wie viel platin braucht man für die normalen letzten arsch voll so so Das war's. Das haben wir von den Rotwänden kaum noch hergestellt. Was muss ich da auf eine Kiste hinstellen? Ach, nur da oben in der Ecke. Aber wir sagen, sehen wir in dem nächsten Erfolg. Bis nächstes Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.